Ah, da bin ich wieder. Es gibt nur ein Epilog, ich habe es nicht gesehen. Wir sind jetzt die Monster und müssen Lego City zerstören. Er, Lego Ninjago zerstören. Den Spaß gönnen wir uns natürlich noch. Also, ja, Entschuldigung. Da habe ich nicht mehr dran gedacht. Ich hätte zuerst dran denken sollen, dass das ja wahrscheinlich möglich ist. Ja, jetzt zerstören wir mal gemütlich Lego City. Was habe ich nur mit Lego City? Lego Ninjago. Das ist, glaube ich, auch nur dafür da, dass man gerade noch ordentlich Münzen sammeln kann. Hier können wir zwar überall was aufbauen, aber ich warte mal noch. Ich möchte gerne erstmal die ganzen Münzen da sammeln. Vielleicht kriegen wir es ja tatsächlich noch voll. Und jetzt, glaube ich, man. oh cool hätte ich das vorher gewusst haben gedacht wir können irgendwas aufbauen aber ich konnte eine arschbombe machen sage ich ein ganz witziges ding zum schluss wenn man noch münzen braucht dann soll ansonsten ist das ja dem ein naja jetzt nicht zwingendes notwendig eine nicht zwingende notwendigkeit die man braucht oh Wir haben schon mal 90% von Lego Ninjago zerstört. Das war es wohl mit der Katze. So, Meister der Zerstörung. Wir haben nichts bekommen. Goldener Stein freigeschaltet. Okay war jetzt nur ein kleines Ding noch am Schluss. Wen haben wir jetzt? Oh, Gama Mechamann. Und dann bestimmt auch noch den anderen. Jawohl, Mecht Drache des grünen Ninjah. Und Mr. Louie, ah, der gute alte Mr. Louie, den kenne ich zum Beispiel nicht. Das sind dann halt eben die Geschichten. So, jetzt gehe ich aber davon aus, dass wir fertig sind. Warten jetzt kurz mal noch den Ladebildschirm ab. Zögern die Folge noch hinaus, dass ich noch ein bisschen Geld verdienen kann. Falls wir hier Geld verdienen könnten. Nein, wie gesagt, das mit dem Epilog. Ab sofort muss ich mir das merken. Ich hatte das schon mal in einem Spiel. Was war denn das? Walking Dead war das, glaube ich. Da habe ich auch frühzeitig beendet. Aber dann war es mir zu blöd, dann die Folge wieder zu starten. Da hatte ich auch den Epilog verpasst aufzunehmen quasi. Ja, wenn der Ladebildschirm jetzt mal schneller geht, sind wir auch gleich fertig. Nicht, dass gleich noch irgendwas kommt und ich habe es verpasst. Das hier ärgert mich echt tierisch. So, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Oh, Geschichte beendet. Ah, okay. So, und wir sehen uns dann im nächsten Let's Play. Ciao, ciao. Ciao.